Viel Spaß, aber heute, wie gesagt, war dieses Tier zu retten. Und Nadja, die alles entscheidende Frage, was ist dieses Tier? Eine Giraffe, also ein Affe. Nein, was es ist. So, njam, 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 njam. Willst du eine Banane? Na, 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 ich will keine. Willst du eine Banane? Na, 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 nie. Ich war am Verdusten in der Sahara, nichts zu trinken seit Tagen. Auf einmal steht der Schipanse, um mich freundlich zu fragen. Willst du eine Banane? Oh, 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 na, 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 ich will keine. Willst du eine Banane? Oh, 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 na, 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 na. Da Franzi isst gerne ein Schokolade und die Mutter gibst dir ein Pupi. Njam, njam, njam. Da tut's den Papa und das Foto, la, ta, 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 und der lässt den Film nicht entwickeln. Willst du eine Banane? Oh, 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 na, 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 ich will keine. Willst du eine Banane? Oh, 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 na, 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 nie. Solo. Ja! Willst du eine Banane? Aber hör' jetzt auf mit deinen blöden Texte, weil die Nächste, die, die, die Texte, der Nächste, die, die Texte, die Texte, die Texte, die Texte, die Texte ist für mich das Hexte, wenn's die Nächste, die Texte, was der Längste. Willst du eine Banane? Oh, 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 Na-na-na, ich will keine, willst du eine Banane? Na 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 niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ich bin jetzt gesehrt, nämlich die Kamera entweder. Wenn man sich Arsch ist, wird es schwarz. Wir haben es eh verabschiedet vorher. Und es ist, wenn man nichts mehr wissen, wie es ausfällt. So was schalten die Handwerker wieder eh da. Weißt du's einmal? Und wenn uns daran bleibt, dann sehen sich, dass wir nicht dicht sind. Es ist schon super, wenn man seinen Kanal mit machen kann. Ja, eee?